So, jetzt kommt die Sonne sogar ein bisschen raus. So, da haben wir ein schönes Kreuz mit Halbmond. Das Kreuz steht hier direkt am Abgrund. So, eine richtige Schneefahrt. Da werden die Reifen schön sauber. So, eine richtige Schneefahrt. Da werden die Reifen schön sauber. So, eine große Schnee auf der Lage. So,ennis担son mit Halbmond. So, Investgeist cold. So, jetzt mit dem Reifen wohnt sein. So, jetzt fluorse ich fast noch erreichen. So, jetzt geht die FighterE scattering. So, jetzt gehen wir dann in Befgeist. So, wenn Sie hier Geschichte nägrid, Untertitelung. BR 2018 Oh, let's begin's. 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 Oh, let's begin's.